Ich war bei meiner Modelagentur für neue Polas und ein Portfolio-Update und ich nehme dich mit. Um kurz vor neun bin ich in der Agentur angekommen und dann hieß es auch direkt Polas erstellen. Falls du nicht weißt, was Polas sind, es sind einfach Fotos, auf denen du ungeschminkt bist. Du trägst deine Haare natürlich, trägst ein schlichtes Outfit, damit die Kunden sehen, wie du in einem natürlichen Zustand aussiehst. Natürlich im Outfit und in Unterwäsche und danach ging es los mit dem Shooting. Es stand nämlich ein Portfolio-Update an. Die Kunden wollen nämlich immer neues Material sehen und das haben wir erstellt. Das Styling habe ich zusammen mit der Fotografin ausgewählt, Hand-Make-up habe ich selbst gemacht und wir haben entschieden, einen Look mit glatten Haaren zu shooten. Wow, ich hatte so lange keine glatten Haare mehr. Aber deshalb war es umso cooler für meinen Book. Insgesamt haben wir fünf Looks geshootet, den letzten Look haben wir noch draußen geshootet. Wie man sieht, ein All-Jeans-Look fand ich auch super cool als Ergänzung in meinem Portfolio. Und das war es auch schon, abends ging es dann wieder zurück nach Barcelona.